Hallo meine Freunde und Willkommen zu Let's Play Last Cars Eternia Games am Fun-Server. Ja, ähm, ihr habt ja einen RC ausgesucht und viele haben gesagt, ich soll den Fun-Server nehmen und dann nehme ich den jetzt mal. Ja, ähm, aber vorneweg will ich noch was sagen. Ich will noch ein kleines Gewinnspiel machen. Also da ich noch auf Destiny ungefähr 2000 Cache habe, die ich nicht mehr brauche, werde ich die verlosen. Und alles was ihr tun müsst ist, mir ein 5-7 sekündiges Intro zu basteln. Ja, weil ich davon keine Ahnung habe. Wäre es halt mal cool, wenn ihr ein Intro machen würdet. Oder halt so ein YouTube Background Bild. Ähm, ihr müsst mir die Sachen dann per Skype schicken. Ich lade die Videos hoch, beziehungsweise Bilder werde ich anzeigen. Und ja, ihr könnt natürlich auch beides machen, umso höher ist eure Chance zu gewinnen. Das Gewinnspiel wird ungefähr bis zum, sagen wir mal, bis zum, ähm, bum, 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 bis zum 31.8. gehen. Also am Freitag, den 31. ist das Gewinnspiel zu Ende. Und ich hoffe mal, es machen ein paar mit. Gut. Naja, dann fangen wir jetzt mal an, sich hier einzuladen. Ähm, wir gehen PK, normal. Wir gehen erstmal hier drauf. So. Wir erstellen ein Charakter. Und da einige gesagt haben, ich soll einen Titan nehmen, Kriegsmeister. Nehmen wir den einfach mal. Ich hatte den noch nie, also nehmen wir den. X. So, ähm, welche Haare nehmen wir denn? Jo, wir nehmen den. Yep. Okay. Gut, dann spielen wir auch mal mit unseren Titanen und schauen mal rein, was es so schönes geht. Ähm, wir brechen das Tutorial ab. Darauf habe ich absolut kein Bock. Oh. Okay, confirm, confirm, confirm. So, confirm, confirm, confirm. So. So, wir haben Platin-Sk-Zauber. Boah, sogar 50 Gold. Keine 100. Ja, sonst gab es ja nur 100 Gold. Stimmt, jetzt haben wir sogar 50k Gold. Boah. Wir sind da mal. So. Was gibt es denn hier denn alles? Das ist doch, das ist doch günstig, also. Oh. Das geht wirklich. Das geht doch. Das sieht doch nicht schlecht aus. Sag mal hier, if you level ups. Liebe wird zu frust, ich hoffe bald lassen, die Kürze nachdenken. Okay. Wir schauen weiter. Ist aber auch irgendwie lang und dumm, ne? So. Naja. Okay. Ja. Naja. Das ist mir egal. So, was hat der für mich? Ach, leck mich am Arsch. Und was? Plus 15 Rüstung, plus 15 Waffe? Wie jetzt? Okay. Leute, ich war noch nie, äh, Eternia. Und, äh, ich hab plus 15 Rüstung und Waffe. Leil. Wusste ich ehrlich gesagt nicht, aber okay. Wir hauen mal einen Fuchs. Okay. Wir brauchen eindeutig eine Sperre. So, ähm. Was haben wir denn hier aufgehoben? Bloody Mess. Okay. Okay. Nehmen wir aus. Wir hauen mal ins Gehzauber rein und klappen hier. Okay. Sieben FP. Ja. Ähm, ähm, ähm. Okay. Gibt es hier nicht eine Garnet Level 1? Heben wir auf. Wir heben alles auf. Woh! Sieht keiner. Wir heben alles auf. Nein, Spaß. So. Mal schauen. Aber ist schon cool mit der Plus 15 Rüstung. Salamander Portion. Ah, okay. Das erhöht die HP und Dings. Okay. Diamond Foxtail. Foxt. Ich würde nur sagen, die heben wir mal auf. Die brauchen wir doch eigentlich für diesen Dichy Quest. Vielleicht nicht, die haben ein bisschen was wert. Heben wir einfach mal auf. Oh, die Kack-Info. Wartet mal kurz. Oh. Okay. Ah. Okay. Bei mir aus. Doch, ja. Die zeigte nicht aus. Aber eigentlich gingen die da doch aus. War so meine. Irgendwo. Aber Himmelsteine scheint sie nicht wirklich gut zu droppen. Von daher, ähm. Müsste man mit der Rüstung erst mal ein bisschen auskommen. Nochmal eine Incinetti-Box. Incinetti-Potion. Wo sind die? Laufen die ab? Was ist das denn? Dreck. Laufen die Dinger auch noch ab? Ist ja langweilig. Hätte ich mir schon irgendwie anders vorgestellt. Na toll. Laufen sie nach einer Zeit auch schon noch. Äh. Dreck. Naja, egal. Müssen wir sie halt schnell reinhauen. Ähm. Wenn es gerade lag, tut mir leid. Meine Frame-Weight. In den ganzen Drops. Denk ich mal. So. Wir gehen mal hier hin. Das brauchen wir nicht. Ähm. Option. Show Names. Machen wir mal aus. So. Dann leckt das auch nicht mehr. So. Was haben wir hier? Foxtay. Das sehen wir auch. Incinetti-Box. Wow, du warst noch. Die ist gut. Warte schon. Oh. Okay. Die ist wirklich gut. Hat sich zumindest gut angehört. Und sie ist gut. Oh. Ich hab Igni vergessen. Ah ja. Egal. So. Ähm. Wir hauen hier einfach mal durch. Machen Igni 4 würde ich sagen. Wenn wir das jetzt nicht übertreiben. Wie lang geht Roadrunner? Boah, noch 14 Minuten. WTF. What? Will ich jetzt nicht reinhauen. Dann warten wir mal, bis wir höher sind. Und da gehen wir mit Roadrunner und Igni 4 zu Sasquatch. Das haut bestimmt übel rein. Dann schauen wir mal. Ähm. Was haben wir hier noch? Ruby. Black Pearl. Der. Ruby. Insinetti-Box. Hau noch mal, oder? Besser kommt es doch gar nicht mehr. Müssen wir jetzt nur hoffen, dass die nicht ausläuft. Und schnell da hinlaufen. Warte mal. Wie heißt denn der Typ da hinten? Der heißt, ähm, Hunter Dolan. Ich will schnell zur Hunter. Da haben wir. Rrrrrr. So. Porten wir da mal schnell hin. Damdadadamdadamdadamdadamdadamdadamdadamdadamdadamdadamdadamdadamdadamdadamdadamdadam. So, ähm, also so schlecht ist ja Destiny gar nicht. Eigentlich. So, Roadrunner reinklatschen, Igni reinklatschen und... Klatsch. Wow. Ey, klick nicht daneben. Irgendwie geben die gut Prozente. Irgendwie geben die gut Prozente. Wenn jetzt einer denkt, ich speede hier irgendwas. Ich speede gar nichts. Das ist der... Nein, falscher Map. Ja, also ich speede gar nichts. Das ist der Trank. Der Roadrunner-Trank hier. Der haut übel rein, ey. Wusste ich ehrlich gesagt auch noch nicht, dass der so gut ist. Die geben 40 FP pro Map. Okay, ähm... Wie viel Def haben wir da eigentlich? 800 schon. Und 1000 FP. Schick. Den Quest haben wir den schon übersprungen. WTF? Nee. Wie soll sie dich an? Halt deine Gäste, du schweig! Mach dich eigentlich! Ich schaue mich auf! den quest haben wir übersprungen aber den nehmen wir mal an die gibt übel 4 fp haben wir hier noch irgendwo ins netti box im short offensiv wir schauen uns hier mal schnell um weil lesko ok ich würde sagen wir hauen hier noch hier haben wir noch eine netti box und du hängst mir am arsch ich bin längst nicht mehr da ich würde mal sagen dann gehe ich mal schnell city und wir schauen uns da mal um wie die preise da sind wo ist die ins netti box habe ich einbildung oder ist die weg ok die ist weg keine ahnung wo sie hin ist da wird viel los sein ok doch nicht das machen wir nicht ok geht doch eigentlich so schlecht ist es hier doch gar nicht die preise gewähnt ist auch noch sind die so übertrieben teuer oi schick hier regiert man mein schwanz explodiert dieser mann ist ein tier und du punk applaudiert du nur was willst du tun hier regiert dein revier mann du stirbst vor der tür bis zum kreis der uns jetzt heut noch stoppt ey du bitch bist gefrofft keiner hört deine song dieser tatsache schauen wir hier noch geile waffen was haben wir hier noch ok schauen wir mal nach titan rüstung dass diese wert ist und ja oh oh tania ammo ok erstmal brauchen wir gold hier erstmal brauchen wir hier gold so ok das geht eigentlich die gibt es auch im blue wusste ich gar nicht ok sieht man auch mal wieder was neues ok es gibt es eigentlich nicht wanking ähm lakka gibt es irgendwas neues in lakka ok ne alles dasselbe ok gut dann schauen wir mal bei quest lorain hat nur dieselben ok du hast eine scheiß visage vor dem fenster euch mal sag mal so ähm auf jeden Fall an. WTF was? 1100? Boah, Alter, wollt ihr mich verarschen? Wie viel geben dann die Norm? Alter, fuck. Okay, ähm, Farmprobleme haben wir erstmal keine, würde ich sagen. Also, klappt alles super, meine Freunde. Und so muss das natürlich auch sein, ne? So, ähm, wie lange nehme ich jetzt schon auf? Ich habe keine Ahnung. Ich werde gleich noch Alan Wake aufnehmen, weil das so ein Hammer Game ist. Ich verlinke sein Video oben, äh, links, wieder. Und ja, ähm, und nochmal zu dem Gewinnspiel. Macht bitte alle mit. Ähm, ich mache jetzt noch einmal Igni 5, gebe den Quest ab, dann beenden wir erstmal die erste Aufnahme. Und ja, mal gucken, wie der Cash-Shop hier aussieht. Was ist denn das hier? Was ist denn Special EXP-Pad? Kenne ich gar nicht. Keine Ahnung. Was kostet denn hier eigentlich Cover? Falls man hier mal irgendwie Lust hat, sich ein Cover zu holen. Ihr kennt mich ja, ich ein Cover. Gibt's hier überhaupt Cover oder sowas? Ja, hier, oder? Hier, Karibik-Kostüm. Karibik-Kostüm war immer eindeutig. Oh, die Wings. Oh ja, die werde ich mir natürlich auf jeden Fall holen. Ja, naja, geht eigentlich. Normalpreis eigentlich. Ja. Na, dann nehmen wir das Western-Kostüm, denke ich. Oder? Ja. Machen wir das so. So, ähm. Mann, ich lass doch mal stehen. Oh, den wollte ich doch gar nicht aufnehmen. So, ähm. Wir hatten keinen Trank mehr, weil der abgelaufen ist. Ich nie vier voll machen und dann passt das. So, ähm. Oh, Level ab. Oh, wie viel die nicht droppen, ey. Oh, übel. So. Falls wir irgendwelche Probleme haben mit HP. Ja. Ähm, ja. Forgotten Talisman, was ist denn das? Okay. Kann man verkaufen. Aber ich bin nicht so ein Item-Aufhebe-Mensch, der dann alles zum NPC verkauft. Sowas bin ich nicht. Will ich auch nicht machen. Da kenne ich ein paar Leute, die das machen. Ich finde das einfach, ich weiß nicht, ich finde das komisch. Also, die Low-Resume bringt irgendwie gar nichts aufzuhaben und zu verkaufen. Genauso wenig wie das Gold aufheben, aber nun ja, das mache ich jetzt mal. Obwohl das eigentlich auch nicht üblich ist und Boop. Boop. Ähm, was haben wir hier? Okay. Ickini. Angriffe haben wir dazu bekommen. Blackpull. Geil, die Waffe. Richtig top. Schickes Ding. Oh, ein Heaven Stone. Schick, schick. Können wir mal wieder einen Roadrunner droppen. Der ist gegen wenigstens ordentlich. Ich habe nicht so einen Roadrunner. Mann, oh Mann. Templarhelm. Nein. Nebengeklickt. Saphir, 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 Aquarium. So. Ah, zack. Zack. Nein. Mäh. Hörst du doch das nicht immer aufheben. Dummer Titan. Wegschmeißen. 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 So. So. Wie lange geht der Quest bis Level? 36. Gut. Dann können wir dieses Level noch schnell klappen, weil die geben noch gut FP und dann geben wir den Quest ab und dann passt das. Incinetti Box. Komm schon, lass mich nicht. Naja, wenigstens Kritiker Hit. Geht ja auch noch. Yo. Gut. Die sind noch grün. Ich würde sagen, wir haben die noch so lange bis mal, bis die, oder? Na, dann geht die weg. Ne, ne. Wir geben den Quest jetzt ab, bei diesem Gigant. Schuie. Wo ist er? Da. Tipp. Geil. Mann. Ja, ja, ja. Ui, ja. Na du, Homie. So, und 2K. Geil. Geiles Ding. Richtig geiles Ding. Drehend. Uaah. UV-Fresse. Chup. Boom. Chup. Lass mich in Ruhe. Oh, die droppen gut Gold. Die droppen gut Gold. Das gehört hier mal auf. Die droppen gut Gold. Der wird gut. So, den Level ab machen wir. Das Level ab machen wir noch. Und jetzt, ich bin raus, meine Freunde. Und ich werde auch nicht offline weiter squealen. und so weiter. Also, wir sehen uns dann in Juno City weiter mit genau den gleichen Prozenten. Genau der gleichen, wenn die Linie nicht ausläuft, würde ich mal sagen. Naja, ciao, meine Freunde.